Hellblau. Gelb. Blau. Grün. Weiß. Und dann wird die Tür aufgemacht, dann darf man da rein. Die große Menschenseele, Adama. Seelen wandern. Eins sein mit Gott. Sein Himmel ist Essen. Traken da aus Pralines and Cream, Ice Cream. Ausschlafen zu können. Large siesta in die afternoon. Wenn zwei sich versprechen, die Liebe, bis der Tod sie scheidet. Dann denke ich vor allem an meine Familie. The top level of the journey. Achterbahn fahren. Fliegen. Durch die Gegend gewirbelt werden. Einfach Freiheit. Ja, hier gibt es himmlische Momente. Jeden Tag. Everything around you. Es gab ein Musikstück, das hieß Hölle, Hölle, Hölle. Das war die wahre Hölle. Die Menschen werden für saftige Brühe verkocht. Die dunkle Seite des Christentums. Abwesenheit von Bewusstsein. Angst, Leid. Krieg. Grenzerfahrung. Eine Ex-Frau. Folter. A rock. A rock that never leaves your shoe. Rosenkriege. Aber why? Fegefeuer. Was bedeutet das eigentlich? Das ist die Heiztapfer der Hölle. Eine Erfindung der mittelalterlichen Kirche, um Macht auszüglichen. Das ist die Heiztapfer der Haare. Das ist die Heiztapfer der Hölle. Und das ist die Heiztapfer der Hölle. Das ist die Heiztapfer der Hölle.